Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben mal wieder ein Voice-Over für euch und zwar in einer der letzten ATV Episoden gab es ein großes Special zum Character Animation Progress. Das heißt, hier geht es wirklich darum, wie die NPCs und die Spieler im Spiel selbst animiert werden. Da wird sehr, sehr viel auf Motion-Capture-Aufnahmen zurückgegriffen. Um genau zu sein, sagen die Entwickler, so oft sie können, greifen sie dort auf diese Motion-Capture-Aufnahmen zurück, damit es extrem physiologisch korrekt aussieht im Spiel. Dabei stellte die Designabteilung den Auftrag ein und dann werden die Aufträge entsprechend umgesetzt und im Motion-Capture, damit die Animation entstehen kann. Das Problem dabei ist, dass gleichzeitig viele Designdaten gefragt sind, denn das Größenverhältnis stellt nach wie vor die größte Herausforderung hier dort. Denn man muss dazu wissen, dass es eben sehr wichtig ist, dass die Charaktere immer mit ähnlichen Größenverhältnissen konfrontiert sind. Das heißt, sie müssen wissen, wie groß ist ein Tisch zum Beispiel oder eine Bank, damit sich die Charaktere dort hinsetzen. Diese werden dann nach den Vorgaben des Designs eins zu eins beim Motion-Capture-Set direkt nachgebaut, damit die Darsteller wissen, wo sie sich hinzusetzen haben, wie das Ganze aussieht, in welcher Größe das dann noch sein muss, damit diese Verhältnisse eben stimmen. Außerdem gibt es sehr genaue Anweisungen für die Darsteller. Das heißt, dass zum Beispiel der Fuß, der linke Fuß etwa 100 Zentimeter vom Tischbein weg aufgesetzt werden muss. Und wenn der Darsteller diesen Punkt erreicht hat, danach kann er sich bewegen, wie er will. Aber es muss halt quasi immer ein Eckpunkt gefunden werden, der von dem einen Charakter startet in dieser Animation und wo er sie dann auch am Ende beenden kann, damit es tatsächlich immer vergleichbar in der Größe ist. Ja, ansonsten ist es so, dass die aktuellen NPC-Animationen großteilig für Squadron 42 hergestellt werden. Das heißt, das Persistent Universe wird zu einem späteren Zeitpunkt davon tatsächlich auch partizipieren und da werden dann auch diese Animationen eingefügt. Aber in erster Linie entwickelt werden sie erst mal für Squadron 42. Auch hier sind wieder die Größenverhältnisse sehr, sehr entscheidend. Das heißt, auch hier muss man wieder sehen, dass alles so vergleichbar miteinander ist, dass die NPCs und die Spieler das gleiche Animationsset für verschiedene Tische und verschiedene Stühle, Betten und was auch immer benutzen können. Wenn so eine Motion-Capture-Animation dann geschossen wurde und der Dreh abgeschlossen ist, dann wird erst mal ein rohes Blockout erstellt. Und in diesem Blockout wird eine Vorauswahl getroffen, welche Animationen gut sind, welche nicht so gut sind. Die Darsteller haben ab einem gewissen Punkt ja eine gewisse Freiheit. Und dort wird dann erst mal gesehen, welche sind denn zum Beispiel cool genug oder machen überhaupt den interessantesten Eindruck, passten am besten zur Situation und diese werden dann ausgewählt und weitergeschickt, damit sie dann, wie gesagt, wieder bei den Animation-Artists selber landen und die analysieren dann erst mal alle MoCap-Daten, die sie bisher haben. Das heißt, sie gucken sich genau an, was wurde ihnen geliefert, stimmen die Daten, ist da auch kein technischer Fehler drin, ist alles vollständig. Das wird als erstes getan und es wird so, wie Sie es jetzt hier beschreiben, sehr, sehr ausführlich getan, damit es später keine bösen Überraschungen gibt. Diese einzelnen Abschnitte werden dann von den Motion-Capture-Daten, die werden dann aufgeteilt in sogenannte Animation-Sets. Diese sind dann in der Regel dreiteilig. Das heißt, sie bestehen immer aus einem Anfang, aus dem, was währenddessen passiert und einem Ende. Das könnte man mit einem Beispiel vergleichen und zwar könnte man sagen, der Anfang ist tatsächlich das Hinsetzen auf einem Stuhl, das währenddessen ist, was der Charakter tut, während er sitzt und dann das Ende ist, wenn er wieder aufsteht und diesen Aktionsbereich wieder verlässt. Und gerade beim währenddessen ist es sehr möglich, sehr gut möglich, dass es ganz, ganz viele Einzelanimationen gibt. Das heißt, dass der Charakter sich umdreht, dass der Charakter tatsächlich sich aufstützt, dass der Charakter sich nach vorne lehnt. All das kann einzeln animiert werden und es kann auch schon beim Motion-Capturing viele Daten dazu geliefert werden. Und auf diese Art und Weise schaffen sie sehr viel Diversität im Spiel und wollen eben auch erreichen, dass es sich alles sehr, sehr natürlich anfühlt, dass die Spieler das Gefühl haben, wenn da 50 NPCs sitzen, dass sie sich nicht in aller Reihe immer in der gleichen Animation bewegen. Und das sehen wir auch hier im Bild. Hier wird gezeigt, was es so eine grundsätzliche Animation wäre für zum Beispiel eben NPCs auf einer Idris, die in so einem Schlafsaal liegen. Und dort kann man eben sehen, dass es viele verschiedene, unterschiedliche Zwischenanimationen gibt. Das heißt, nachdem der Teil beendet ist, dass der Charakter sich hinsetzt oder in dem Fall hinlegt, kann man eben auf ein ganzes Set zurückgreifen, diese dann vom Code steuern lassen. Das heißt, der Code selber wird dann eben bestimmen in einer zufälligen Reihenfolge oder eben bestimmten Abläufen folgend, wie der Charakter sich dann bewegt und welche Animation jetzt als nächstes getriggert wird. Das Ganze soll eben extrem realitätsnah sein und auf der anderen Seite soll es dann auch mit Tagesabläufen verbunden werden, der NPCs selbst. Das heißt, dass zum Beispiel mit einem gewissen Zufallswahrscheinlichkeit in der Nacht während der Wache dann ein Event getriggert wird, dass einer der Leute aufsteht und auf die Toilette geht. Und dass dann tatsächlich auch eine Animation läuft, die ihn darstellt, als würde er eben schlaftrunken zur Toilette schlurfen, wenn man so möchte. Also das ist der Sinn der Sache, dass eben auch solche Events eingebaut werden. Da kann man sich dann sogar ganze Szenarien zu vorstellen, wie zum Beispiel wie auch so ein Wachzyklus, also tatsächlich ein Zyklus von Wachen, die etwas bewachen darstellt, wo man sagt, da könnte man gucken, wenn der eine dann tatsächlich auf die Toilette muss, kann ich dort versuchen zu infiltrieren. Sehr, sehr spannend. Die ganze Geschichte, auch hier eine Animation, die noch in Arbeit ist und zwar von dem Facility Manager, würde Wiesen sagen, oder ich sage einfach Hausmeister, der hier sauber macht. Auch solche Animationen sollen dann eben mit dem Charakter und seinem Tagesablauf so verknüpft werden, dass sie dann getriggert werden, wenn zum Beispiel auch tatsächlich ein Missgeschick passiert. Das heißt, wenn tatsächlich auch etwas kaputt geht und eine Scheibe zerbillst zum Beispiel und das dann eben tatsächlich getriggert wird, dass da so ein Hausmeister kommt und das Ganze aufräumt und dass eben dieses Animationsset dafür benutzt werden kann, wann immer das nötig ist und zur Charakterrolle gerade in diesem Moment passt. Ja, von dort aus geht es dann nochmal ganz im Detail in die Aufteilung der einzelnen Arbeitsschritte. Wir hatten vorhin schon mal gehört, dass das Design, die Designabteilung die Anforderung herausgibt für eine Animation. Diese Animation wird dann durch Animation, das die Animation Department erstellt und entweder per Motion Capturing oder eben in Handarbeit und dann wird sie weiter wieder zurückgegeben ans Design Department und die nehmen dann diese Animation, bauen sie nicht nur grob in Sinne eines Blockouts in die Engine ein, sondern setzen sogenannte Nodes, Knotenpunkte, die dann solche Animationen triggern und zwar sowohl für Spieler als auch für NPCs. Diese laufen immer über diese Knotenpunkte und dadurch kann ganz klar festgelegt werden und zwar durch das KI-Department dann, welche Animation da ausgelöst wird. Das heißt, am Ende verknüpft dann das, was dieses Design Department an Nodes, an Knotenpunkten angelegt hat, verknüpft dann KI mit dem Code und damit eben auch mit allen NPCs oder eben auch mit Spielern, die eine Use-Taste bedienen zum Beispiel. Ein anderes Thema neben dem Motion Capturing ist für das Animation Team auch noch das tatsächliche Animieren von Hand. Manchmal kann es sein, dass das Motion Capture Studio selbst gerade ausgebucht ist, dass es gerade keine Möglichkeit gibt, was aufzunehmen, dass aber zum Beispiel auch eine Animation dringend benötigt wird und dann setzen sich die Animation Artists von Hand ran und machen das selbst und manchmal ersetzen sie dann diese Animation später nochmal durch Motion Capturing Aufnahme, aber hin und wieder bleiben sie auch drin, weil sie zum Beispiel kleiner und weniger wichtig sind. Einer der größten Animations-Sets ist jetzt zum Beispiel dieser Mechaniker mit der Reparaturpistole. Der wurde tatsächlich von Hand animiert und zwar immer basierend dann auf zum Beispiel Bildern, die man gemacht hat oder wie er später dann zeigen wird, auch Videoaufnahmen selbst. Und solche Animationen werden dann tatsächlich so gemacht, dass jeder einzelne Schritt auch im Code nachverfolgbar ist, damit eben das auch zum Beispiel für unterschiedlich große Charaktere angepasst werden kann. Und das eignet sich dann zum Beispiel auch sehr gut, um zum Beispiel dringend benötigte Animationen, die man jetzt aber nicht mehr im Motion Capture umsetzen kann, erst mal ins Spiel zu bringen und so aufzubauen, dass sie erst mal den Ansprüchen gerecht werden und sie im Zweifel nachträglich, wie gesagt, noch zu ersetzen. Solche Videoaufnahmen werden dann angefertigt, um es eben danach in der Engine vermöglichst realitätsnah umsetzen und nachanimieren zu können. Tatsächlich kann man als Fazit sagen, dass die größte Herausforderung für die Animation Artists nach wie vor die Einheitlichkeit ist. Und damit ist vor allem das Größenverhältnis gemeint. Da kann man jetzt auch verstehen, warum verschieden große Charaktere sehr schwer funktionieren werden in einem Umfeld, wo auf jedem Schiff, egal von welchem Hersteller, die Tische zumindest in derselben Höhe eingebaut sind, damit die Charaktere sich eben alle dort hinsetzen können, universell. Und darauf wird das System erst mal abgestimmt. Interessant wird es dann bei der Alien-Technologie und allem weiteren, aber es wird immer so sein, dass wir einen Großteil standardisiert haben und dann bei ganz bestimmten Designentscheidungen, die eben aus dem Rahmen fallen, diese Sachen einzeln animiert werden. Ja, spannende Sache. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und sage zu euch, see you on the flight deck, Sawyer out. Finished.